Ja, lässig. Dass man das auch mal sieht, selber live. Und nachher kann man auch Autogramme holen. Es freut uns dann natürlich. Wir haben natürlich auch Zeit für Fotos und und und. Also schon cool. Ja, man sieht, das ist eine gute Stimmung und ich hoffe, wir können das in den Spielen dann gut umsetzen. Ja, natürlich ist man da irgendwo überrascht, dass so viele auftauchen und da sind wir, glaube ich, alle wirklich sehr, sehr dankbar. Und das versuchen wir jetzt in den Spielen, die jetzt kommen, zurückzugeben, diese Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind.